Hallo und willkommen zurück zu Night of the Dead. Ja, nach dem, ja, qualvollen Tod sind wir wieder zurück. Ich habe, ja, gespeichert gehabt, habe geladen. Das Spiel ist abgestürzt, aber nicht desto trotz würde ich sagen, machen wir mal weiter in dem, was wir vorhatten. So, dann ist der schon mal weg. So, weil ich habe keine Lust, wenn wir tot sind, dass die alle neu spawnen und wir da, wir da irgendwie, und ich bin da blöd hängen geblieben an diesem doofen, an diesem doofen hier, an dem Briefkasten und der, und der Dings. Wie doof. Nein. Granate. Alter. Also blöd an dem Briefkasten und der Haltestelle und ich kam da nicht mehr raus, Mann. So eine Kacke. So. Da drüben läuft zwar noch jemand, aber ist mir egal. Oh, Workshop. Oh, da können wir auch nochmal gucken gehen. Und ich wollte jetzt, wie gesagt, nicht nochmal alles von vorne machen. Das war irgendwie zu blöd. So, junge Dame. Wie sieht es aus? Ein im Kopf. So. So, dann speichere ich jetzt nochmal. Ich glaube, schnell speichern ist, glaube ich, immer eine gute Alternative oder eine gute Idee, wenn man wirklich, äh, vorsichtig, vorsichtig vorgehen möchte. Ist zwar blöd, immer wieder ein Speicherdings zu sehen. Oh, da ist noch ein Ding. Warte mal. Ja, ich bin echt gespannt, ob die neu spawnen nach, nach einer Welle und so. Da lasse ich mich ja mal überraschen. So. Er kommt ja jetzt, ne? Oder? Ja. Und da noch ein Dicker. Oh, tot. Das ging ja. Ich glaube, wir haben viel den Kopf getroffen, deswegen ist er so schnell gestorben. Und wir haben ja noch Rüstung gefunden und alles, ne? Ja. So. Oh. Die junge Dame ist auch sehr erpicht auf uns. Und ich hätte gerne nochmal ein bisschen Kraft oder Stärke, obwohl. Ausdauerverbrauch. Bei Angriffen weniger. Bei Ausweichen, Urteil, Ausdauer, Gedächtnis. Das hätte ich ja Schaden bei Bäumen. Ja, beim Fällen und so. Das können wir ja auch mal machen. So. Habe ich alles gesammelt bei ihr? Ja. Ja, ein paar Speere sind, glaube ich, weggegangen. So, das war es hier gewesen. Das hier haben wir jetzt erstmal so weit als aufgeräumt. Ich möchte jetzt trotzdem erstmal die Speere... Oh, so. Speichern. Ganz wichtig. Speichern. So. Das nehme ich mit. Dann fangen wir mal an zu suchen. Ich hoffe, wir finden... Oh, ich hoffe, wir finden ein paar Waffen. Inventar ist fast voll. Ja, hier sind überall noch Zombies drin. Ich weiß. So, Computer machen wir kaputt. Platine mitnehmen. Ganz wichtig. So. Okay. Hier sind Spinde. Ich bin sehr gespannt, was wir da drin finden werden. Munition. Aber keine Waffen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu durchsuchen. Das wäre so doof, wenn man hier gar keine Waffen finden würde, oder? Nur Munition. Na gut. Ist halt ein Survival-Gain, ne? Man findet nicht... Man findet nicht überall das, was man braucht. Ging es hier nach draußen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie groß das von außen war. Nein. Hier ist... Oha. Oh, leck mich fett. Oh, leck mich fett. Das sind ja noch so viele. Was hat die Tür mir denn angetan? Okay, machen wir anders. So. Ah, Mist. Wollte schon sagen, ist der Speer weg. Ah, die Machete ist schon geil. Das Problem ist nur, die kann sie höchstens auf ein. Aber... Natürlich kommen jetzt zwei, ne? Nein, es kommt einer. Sehr schön. So. Ich logg mal wieder ein her. Sehr schön. Oha. Äh, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? So, schnell speichern. Zur Sicherheit. Na, nicht ruckeln. Nicht ruckeln. Danke. Polizistin ist es. So, immer in den Kopf. Da ist man auf Nummer sicher, dass die Zombies auch sterben. Sie zappelt noch ein bisschen. So, und jetzt ist sie tot. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir räumen Stück für Stück hier alles auf. Ich speicher wieder. Da ist noch jemand. Hier links wird bestimmt auch jemand sein. Aber ich nehme erst mal den Kandidaten da hinten. Der wird jetzt ja kommen. Nein. Nein, nein. Uah. Bin da mal weg. Tschüss. Oh. Du, 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 du. Oh. Du Sau. Na. Nein. Uah. Oh, Gott sei Dank. Alter. Wie die noch zappelt. Da shaked die noch ihren Bauch. Bin ich mit meinen Wurstfingern auf die zwei gekommen. So eine Kacke aber auch. Ein Dings hab ich daneben gefeuert. So, warte mal schnell speichern. Wo sind die ganzen anderen Späherien? Ich hatte doch noch mehr. Oder hab ich welche daneben geschmissen? Stimmt, ne? Aha. Hab's doch gewusst. Oh, Gott. Puh. Das klappt ganz gut mit den Sperren. So, Schraubenschlüsse erforderlich, okay? So, 16 Uhr. Wir sollten uns auf jeden Fall so langsam beeilen, auch nach Hause zu kommen. Ich mein, weit ist es ja nicht. Zerstören können wir nicht. Ah, bitte lass uns hier mal ein paar Waffen finden, damit wir hier auch mal aufräumen können. So, die Automaten würde ich jetzt, glaube ich, links liegen lassen. Oh, ein Snickers. Was ist das denn hier? Schimmelige Kartoffelchips. Nehmen wir mit. Hier sind nur Getränke drin. Hier sind nur Getränke drin. Fitz, Fitz-Cola. Ah, okay. Die Frage ist halt, wo findet man Waffen in der Polizeistation? Warte mal. Zu Vorsicht. Oh ja, bitte. Bitte lass da Waffen drin sein. Bitte. Ja. Oh Gott, Flammenwerfer. Leck mich fett. Eine Granate. Eine Armbrücke. Uh, Freunde. Aber wir haben keine Munition dafür, oder? Und einen Flammenwerfer haben wir, glaube ich, auch keine Munition. Glaube ich zumindest, oder? Ich lade mal nach. Äh, mit der 3. Doch, 34 haben wir. Und da haben wir 2. Ich lade mal nach. Ja, das sieht gut aus. Sehr geil. Ist zwar nicht viel, immerhin. Besser wie gar nichts. Oh, unsere ersten Waffen. Okay, wir brauchen Pfeile. So viel steht schon mal fest. Okay, solche Schränke müssen wir also finden. Das haben wir schon irgendwie gedacht. Action-Name. Ich hätte jetzt gern, lieber anstatt einen Flammenwerfer, hätte ich jetzt liebend gerne, äh, lieber eine Dings gehabt. Eine, ähm, eine Maschinenpistole oder eine Schrotflinte. Noch besser. So, den Mülleimer lass ich mal links liegen. Und erst mal speichern. Ganz wichtig. Boah, da gibt's bestimmt Waffen. Und wir haben 16 Uhr. Ich speichere. Bitte, lass uns hier was finden. Bitte. Bitte. Nochmal Waffen. Eine Kette. Willst du mich verarschen? Eine Kettensäge? Oh, lol. Und noch mal eine Armbrust. Die würde ich tatsächlich mitnehmen wollen. Ich lass mal, was lass ich denn mal hier? Kühlwasser. Boah, was lass ich denn mal hier? Die Coins, ganz ehrlich. Scheiß auf die Coins. Äh, wegwerfen. Dann nehm ich lieber die Armbrust mit. Schade. Ich dachte, man findet hier irgendwie eine Pistole oder so. Würde trotzdem aber gerne die Speere ausrüsten, weil wir nicht so viel Munition haben. Äh, hallo? Die drei? Wieso kann ich die drei, ich speichere mal, wieso kann ich die drei nicht ausrüsten? Wieso kann ich die drei nicht ausrüsten? Hallo? Weil, warum? Kann die drei nicht ausrüsten? Das ist ja toll. Ach, Inventar ist voll. Vielleicht deswegen? Kann das sein, weil unser Inventar voll ist? Ah, Mist. Schmiermittel, Zement, ganz ehrlich, diese Feder, komm. Äh, drei. Ja, man muss immer einen Platz frei haben. Oh, äh, ich komm später noch mal wieder. Dup, dudu, speichern. Okay, ähm, ich schätze, dass wir hier irgendwo noch einen Raum haben, wo wahrscheinlich noch mehr Waffen sind. Gehe ich mal von aus. Äh, oh Gott, was sind das denn für welche? Oh Gott, was sind das denn für welche? Was für Nacki-Dais. Tschüss, Nacki-Dai. Oh, was ist das denn, Alter? Boah, was für ein Riesenvogel. Oh Gott, wie groß der ist. Okay, der hält aber nicht so viel auf, äh, aus, wie ich jetzt dachte. Ich dachte, er hält ein bisschen mehr aus, aber der macht bestimmt auch mega Damage. Würde ich jetzt mal schätzen. So, warte. Oh, da bin ich mal weg. Tschüss. Was hat die Tür denn getan? Ja, also Kopf ist auf jeden Fall, Kopf ist auf jeden Fall, äh, Wert zu nutzen, auf den Kopf zu zielen. Ja, wir haben 17 Uhr, es geht so langsam wieder auf die Nacht zu. So, kommt ich da nämlich mit. Sehr schön. Eine Tafel, was haben wir denn da stehen? Gas, bla bla bla. Irgendwas mit Gas. Es gibt kein Gas mehr. No, Gas. So, äh, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Munition und Eisen. Das war's dann hier auch schon. Ich nehme alles mit. Schwupp, schwupp, schwupps. Dann haben wir wieder die Speere. Computer zerstören wir. Ja, gut. Wir haben unsere ersten Waffen, was ich sehr feiere. Das war's hier, glaube ich, auch schon im Raum. Mehr ist ja auch nicht. Ich hoffe, dass das leer bleibt hier. Ich will mal eben kurz gucken, was ist hier. Einmal kurz reingucken. Moin. Ja, ja, beruhig dich. Wir müssen zurück. Es bleibt nichts. Es ist, es bleibt nichts anderes übrig. Was ist mit dem denn? Kann ich den? Kann der mal liegen bleiben? Oder sitzen bleiben? Oh, fuck. Ist der tot? Haben wir den? Oh Mist, und ich komme nicht raus, ne? Kann ich hier? Oh Mann, ich muss den Vogel haben. Da gibt es bestimmt jede Menge. Äh, guten Tag. Hier sind Spinde. Und hier auch Waffen. Oh, da hinten ist ein Waffenschrank. Den würde ich noch mitnehmen wollen. Ich speichere nochmal eben schnell. Das hat gut geklappt. Das hat auch gut geklappt. Erst speichern, dann reingehen. Sehr schön. Und wir nehmen alles mit. Supi. So. Das nehmen wir auch mit. 100. Ich glaube, ich habe ein paar nach hinten versemmelt, ne? Oh Gott, alles, alles einzelne Spinde. Das, was wir mitnehmen können, das nehmen wir natürlich mit. 17 Uhr. So. Alter, wir finden so viel Munition, ne? Das heißt, es wird auf jeden Fall Waffen geben. Die Frage ist halt nur, wo findet man die? Und man hat, ey, man hat echt viel Munition. Ja, auch in dem anderen, in dem anderen Lager, was wir schon hatten, da ist ja auch schon so viel Munition gewesen. Mal gucken, was wir jetzt hier drin finden. Schauen wir mal. Oh, eine Gasma... Uh, noch mal eine Kupferrüstung. Weiß dasselbe? Nee. Äh, Helm. Maske. Kann ich nicht mitnehmen, weil uns was fehlt. Äh, was schmeiße ich denn jetzt mal weg, was wir nicht brauchen, ganz ehrlich? Ähm, Flügelknochen können weg. Schimmelige Kartoffelchips können weg. Die verdorbene Cola, und den Saft schmeiße ich auch weg. Alles nehmen. Maske aufsetzen. Lol. Okay. Das ist die Kupferrüstung überlegen. Tier 4, und das ist auch Tier 4, ne? Minus 8 erfasster Schaden. Minus 8 erfasster Schaden. Plus 2 Crit. Ist beides dasselbe. Aber da ist noch Widerstand. Spule 3? Spulenbuchse? Kann man bestimmt anpassen. Äh. Gott, wo kommen die alle her? Auf einmal. Urplötzlich. Ja, da brüllt irgendjemand wieder. Den so... Alles nehmen. Ach, die kommen aus dem Boden dann, wenn er brüllt, oder was? Ach so. So, weg mit dir, Mann. So, ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Es ist, glaube ich, eine gute Idee, jetzt nach Hause zu gehen. Wir haben ein paar Waffen. Wir müssen ein paar Pfeile herstellen. Können wir das selber herstellen? Ja. Brauchen wir noch Äste? Dann können wir ein paar Pfeile für die Armbrust herstellen. So, jetzt die Frage ist, äh, wo ist zu Hause? Zu Hause ist da lang. Genau, und dann da links. Also so weit weg ist es jetzt nicht. Die Frage ist halt, wir müssen Spikes bauen, ne? Wir müssen Pfeile bauen und wir brauchen Spikes für unsere Wände. Und ich würde tatsächlich noch einen Hochsitz bauen. Also so eine Treppe, die über die Mauer gucken kann. Das wäre noch supi. So, ich speicher mal. So, der junge Mann, dass da... Kann das sein, dass sie zwischendurch auch neu spawnen? Kann das sein? Weil hier, wie ich ja gestorben bin, waren da alles neue, ne? Aua! Aua! Ich bin vergiftet. Oh, die mit den Leuchten sind... Oh, das sind giftige. Oha! Man kann da nicht rennen. Das ist doof. Das ist echt blöd. Vergiftet zu sein. Oha! Okay. Mit Vergiftung hatten wir ja noch nicht so viel zu tun, ne? Also, das ist ja noch nicht so viel zu tun. Also, das ist ja noch nicht so viel zu tun. Also, das ist ja noch nicht so viel zu tun. Also, das ist ja noch nicht so viel zu tun. Also, das ist ja noch nicht so viel zu tun. Vielen Dank.